Du würdest gerne mit deinen Großeltern reisen, wenn ihr euch nicht einfach in ein Flugzeug setzen könnt, unternehmt doch eine gemeinsame Reise nach Venedig. Die wundervollen Illustrationen von Yiru Taniguchi bieten erstaunliche Eindrücke der Stadt im Wasser. Ein wundervoller Anlass, gemeinsam vom Sofa aus zu reisen. Herzlich willkommen zu unserem Advent-Quiz. Die Antwort auf die Frage von gestern ist 24 Kapitel. Die Frage von heute ist... Wann wurde der Polarexpress zuerst verfilmt? Die Antwort darauf gibt es wieder morgen. Plörexpress zuerst verfilmt? Untertitelung des ZDF, 2020